Ich war auf dem Rückweg zum Verbindungshaus nach einer Party, als ich es sah und es ließ mein Blut kochen. Der ganze Ort war mit Toilettenpapier bedeckt. Das Innere war auf den Kopf gestellt. Es war, als wäre ein Tornado hereingeflogen und hätte alles auf seinem Weg zerstört. An der Wohnzimmerwand waren die Worte Happy Halloween Princess aufgesprüht. Ich wusste genau, wer der Übeltäter war. Dumme Verbindungsstudenten, ihr seid alle tot. Hey, ich bin Rui aus New York und mein Leben war ziemlich klasse, bis ich beschloss, mich an den Burschenschaftern auf dem Campus zu rächen. Like und abonniere mich, damit ich dir erzählen kann, wie aus einem einfachen Plan etwas wurde, was ich mir nie hätte vorstellen können. Und glaub mir, es ist nicht so, wie du denkst. Mein Dad war sehr erfolgreich, also nannten mich einige Leute verwöhnt. Aber es ist nicht falsch, alles zu haben, was man will, wenn man es verdient, oder? Die Verbindungsstudenten hassen uns, also mich am meisten. Ich meine, ist es wirklich meine Schuld, dass ich eines der reichsten und beliebtesten Mädchen der Schule bin? Jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, müssen sie etwas sagen. Hey Prinzessin, hast du deine Kutsche nicht zur Uni gekriegt? So, so, du warst nicht da, um ihn zu ziehen. Also habe ich meinen brandneuen, einzigartigen Rolls-Royce bekommen. Siehst du, dagegen sieht dein Auto wie eine Kutsche aus. Wir sind uns immer gegenseitig auf die Nerven gegangen. Als ich sah, was sie mit unserem Verbindungshaus gemacht hatten, wollte ich mich rächen. Eines Nachts schlich ich mich in das Verbindungshaus, als keiner von ihnen da war, verstopfte die Abflüsse in den Waschbecken und der Dusche und öffnete alle Wasserhähne im Haus. Versucht mal in eurem eigenen Haus zum Schwimntraining zu gehen, Jungs. Ich habe das Wasser sprudeln lassen und bin rausgelaufen. Da bin ich mit jemandem zusammengestoßen. Einem Wachmann. Was machst du hier im Dunkeln? Oh, ich muss nur etwas loswerden. Aber ich wurde abgeschnitten, als die Fenster zerbrachen und das ganze Wasser, wie bei einem Dammbruch, herausspudelte. Verflixt. Ich wurde sofort ins Büro des Dekans gebracht und für eine Woche suspendiert. Von mir aus, ich nehme den Urlaub. Aber dann musste ich zur Strafe für die Zerstörung von Universitätseigentum Essen im Gemeindezentrum ausgeben. Ich habe versucht, meinen Vater um Hilfe zu bitten, um mich da rauszuholen, aber er war beschäftigt. Also musste ich hin. Ich war noch nie in diesem Teil der Stadt gewesen und hatte schreckliche Angst. Es war dunkel und schäbig und alle starrten mich an. Ich rannte schnell in das Gebäude und nachdem ich mich vorgestellt hatte, wurde ich in die hintere Küche geführt, um das Geschirr zu waschen. Ähm, tut mir leid, aber ich habe noch nie in meinem Leben Geschirr gespült. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube an dich. Hier, du willst doch dein hübsches Kleid nicht beschmutzen. Mein Geburtstag ist nächsten Freitag. Ich will nicht hier festsitzen und stinken, oder? Kann ich nicht etwas anderes tun? Zum Beispiel Geld zählen? Darin bin ich wirklich gut. Hier gibt es kein Geld zu zählen. Kein Geld? Warum gibt es diesen Ort überhaupt? Egal. Du willst doch so schnell wie möglich weg, oder? Am besten fängst du mit dem Abwasch an. Mach schon. Ich passe auf, dass du es richtig machst. Ich hatte ja keine Wahl. Also nahm ich einen Löffel und... Moment mal. Ich bin klatschnass geworden. Oh mein Gott. Du hast gesagt, das sollte einfach sein. Das ist es normalerweise auch. Weißt du, es ist nicht nett, über das Elend anderer zu lachen. Stimmt, aber du musst zugeben, es war ziemlich lustig. Warum bist du hier? Nur um zu helfen. Nein, ich meine, was hast du getan, um hierher gestickt zu werden? Ich habe den Jungs einen tollen Streich gespielt, wurde aber erwischt. Und was hast du gemacht? Oh, ich habe nichts getan. Ich habe nur freie Zeit, wenn ich nicht arbeite. Also komme ich hierher, um zu helfen. Warte, du machst das freiwillig? An deinem freien Tag? Umsonst? Nur nimm den Löffel runter, damit du nicht nass wirst. Und du solltest Jogginghosen tragen, keine Kleider. Setz deine Kopfhörer auf, genieße es. Du wirst es verstehen. Wir sehen uns morgen. Okay, tschüss. Warte, warte, warte. Wie ist dein Name? Andrew. Und dann ging er. Ich gab mein Bestes beim Abwasch, während ich Musik hörte. Und eigentlich war es gar nicht so schlecht. Und ich habe es ziemlich gut gemacht. Ich war ein bisschen stolz auf mich. Die nächsten Tage vergingen wie im Flug. Immer, wenn mir langweilig war, machte ich Fotos und Videos von meiner Oma. Hashtag, ich arbeite hart. Hashtag, gib niemals auf. Eines Tages wurde ich von einer ungeschickten älteren Frau umgestoßen. Plötzlich war ich mit ekliger Essensschmiere bedeckt. Ah, was haben sie getan? Das sind Jimmy Joes. Das ist ein Unikat. Wissen Sie, wie viel die kosten? Es tut mir leid, meine Liebe. Meine Augen sind nicht sehr gut. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Peters. Es war nur ein Versehen. Es geht ihr gut. Ich helfe Ihnen auf Ihrem Platz. Ich spürte plötzlich, dass alle Augen auf mich gerichtet waren. Sogar Andrew sah enttäuscht aus. Meine Wangen wurden rot. Mein Gesicht super heiß. So hatte ich mich noch nie gefühlt. Ich rannte schnell hinaus und versteckte mich in einer hinteren Ecke der Küche. In diesem Moment tippte eine kleine Hand auf meine Hand. Es ist nur ein bisschen Curry. Den kannst du abwaschen. Und deine Schuhe sehen wie neu aus. Die sind teuer, die Farben. Sie werden es nicht verstehen. Gehörst du zu den Menschen, denen wir dienen? Wo sind deine Eltern? Nein, ich bin Joey. Mami ist bei der Arbeit beschäftigt. Drew ist mein Nachbar. Er bringt mich hierher, damit ich nicht allein bin. Und meine Mom keinen Babysitter bezahlen muss. Er hat mich gebeten, nach dir zu sehen, um sicher zu gehen, dass du okay bist. Das hat er getan? Ich kann nicht glauben, dass ich gerade eine kleine alte Dame angeschrien habe. Warum kümmert es ihn überhaupt, wie ich mich fühle? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich hierher gehöre. Er sagte mir, dass du ein reiches Mädchen bist. Du bist nur hier, weil du in Schwierigkeiten geraten bist. Ich konnte ihm nicht böse sein. Es stimmte. Aber tief im Inneren tat es weh. So dachte er also von mir. Ich schätze, die Frage war, warum es mich überhaupt interessierte, was Andrew von mir dachte. Am Ende des Tages beschloss ich, mit ihm zu reden. Andrew, es tut mir wirklich leid. Hör zu, Rui. Es ist eine Sache, wenn man nicht abwaschen will. Aber diese Leute brauchen Hilfe. Du kommst zur Arbeit und präsentierst deine Diamantenohrringen vor Leuten, die sich nicht mal was zu essen leisten können. Ich habe dich gebeten, dich nicht so anzuziehen. Ich habe aufgehört, mich schick zu machen. Und nicht, dass du es wissen müsstest. Aber die gehören meiner Mutter. Sie wohnt weit weg. Nur so kann ich sie immer bei mir haben. Ich war so wütend, dass ich hinausstürzte, bevor er antworten konnte. Ich konnte nicht verstehen, warum ich mich so aufgeregt hatte. Ich kannte ihn kaum. Ich glaube nicht, dass ich in ihn verknallt war. Ich weiß nicht, was es war. An diesem Abend scrollte ich nicht auf meinem Handy herum oder ging einkaufen, sondern ging in den Lagerraum und sah mir die alten Fotos von meiner Mutter an, die mein Vater weggeräumt hatte. Ich fand ein paar alte Videos, die meine Mutter von uns gemacht hatte. Ich liebte es zu sehen, wie Mom und Dad sich um mich kümmerten. Ich wusste nicht wann, aber ich schlief auf dem Boden ein. Als ich aufwachte, hörte ich den Wind. Draußen tobte in der Nacht ein gewaltiger Sturm und auf meinem Handy leuchteten Hurricane-Warnungen. Am nächsten Tag dauerte es wegen der vielen Bäume auf der Straße über eine Stunde, bis ich das Gemeindezentrum erreichte. Als ich dort ankam, fiel mir die Kinnlade herunter. Es waren mehr als 100 Menschen dort in Decken gehüllt und einige von ihnen weinten sogar. Es war das reinste Chaos. Wo zum Teufel warst du denn? Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Was ist denn hier los? Warum sind hier so viele Menschen? Der Hurricane hat einige Häuser zerstört und beschädigt. All diese Menschen können nirgendwo anders hin. Sie brauchen heute wirklich unsere Hilfe. Okay, was brauchst du? Ich werde es dir zeigen. Und es tut mir leid, was ich über deine Ohrringe gesagt habe. Okay, danke. Mir tut es auch leid. Okay, lass uns an die Arbeit gehen. Wieder war ich mir nicht sicher, warum es sich so gut anfühlte, dass er sich entschuldigt hatte. Und dass mit uns alles in Ordnung war. Aber ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich konzentrierte mich darauf, den Menschen um uns herum zu helfen. Die meisten von ihnen waren ältere Menschen und Kinder. Ich lief mit den anderen Freiwilligen herum und servierte warmes Essen und Getränke. Gab ihnen Decken und trockene Kleidung zum Umziehen. Ich gab gerade einer alten Dame eine Tasse Suppe, als Joey an meinem Hemd zerrte. Joey, ist auch etwas mit deinem Haus passiert? Ja, der Sturm hat es beschädigt. Es kamen immer mehr Leute. Die Essenwagen können wegen des Sturms nicht herkommen. Uns wird das Essen unter Platz ausgehen. Ich sah mir die Menge an und spürte, wie mir das Herz brach. Ich wusste, dass ich etwas tun musste, um zu helfen. Also beschloss ich, sie alle mit nach Hause zu nehmen. Ich hatte mehr als genug Platz und so viel zu essen. Und es wäre ja nur für ein paar Tage. Dad wird stolz auf mich sein, weil ich geholfen habe. Zu Hause konnte ich mit der Hilfe aller Freiwilligen endlich dafür sorgen, dass sich alle sicher und warm fühlten. Aber das hielt nicht lange an. Denn als Dad reingstürmt kam, sah er sauer aus. Was ist denn hier los? Ich nahm ihn sofort mit in sein Büro, um es ihm zu erklären. Nachdem ich ihm alles erklärt hatte, dachte ich, er würde sich freuen. Was ist nur mit dir los? Ich will, dass sie sofort aus meinem Haus verschwinden. Es ist mir egal, wo sie hingehen. Aber hier können sie nicht bleiben. Ist das dein Ernst? Diese Leute brauchen Hilfe. Wenn Mom hier wäre, würde sie helfen. Das ist keine Heim. Schaff sie raus. Gut, wie du willst. Ich bringe sie in ein Hotel. Ich zahle keinen einzigen Penny. Das musst du nicht. Ich habe mein Geld gespart, damit ich nach dem Abschluss mit der Studentenverbindung nach Paris fahren kann. Du willst dein ganzes Geld an Leute verschenken, die du nicht mal kennst? Ich werde mein monatliches Taschengeld sparen. Das Geld ist für dich, nicht für Fremde. Es wird kein Taschengeld mehr geben, wenn du es so ausgeben willst. Was ist mit dem Schulabschluss? Du hast gesagt, du würdest mir helfen. Du weißt, wie viel es mir bedeutet, dort hinzugehen. Nicht, wenn du dein ganzes Geld weggibst. Ich konnte nicht glauben, wie kaltherzig er geworden war. Alles, was ich wollte, war von dort wegzukommen. Also arrangierte ich, dass alle Leute zu einem Hotel in der Nähe fuhren und mietete zwei Busse. Ich setzte mich nach hinten, wo Andrew zu mir kam. Ich habe deinen Streit mit deinem Vater mitbekommen. Ich habe versucht, die Toilette zu finden und habe mich verlaufen. Euer Haus ist wirklich verwirrend. Es tut mir leid, dass es zwischen euch so schlimm geworden ist. Ich kann nicht glauben, dass er sich so verändert hat. Ich schätze, das musst du von allen reichen Leuten denken. Joey sagte mir, dass du mich so nennst. Ich hätte dich nie verurteilen sollen. Du hilfst diesen Leuten, die du nicht einmal kennst mit deinem eigenen Geld. Tut mir leid wegen deiner Paris-Reise. Das klang, als würde es Spaß machen. Die anderen Mädchen wollten sich amüsieren, aber für mich schon gut. Das ist okay. Das hier ist viel wichtiger. Als wir endlich im Hotel ankamen, ging ich direkt zum Manager und sprach mit ihm. Er war mehr als hilfsbereit, aber er teilte mir mit, dass er nur noch wenige Zimmer zur Verfügung habe und dass das Geld, das ich hatte, nicht ausreichen würde, um eine ganze Woche Aufenthalt und Essen zu bezahlen. Er müsse sein Personal bezahlen. Ich wusste nicht mehr weiter. Was sollte ich jetzt tun? Ich versuchte, vor allen, die mich nach Antworten fragten, nicht auszuflippen. Und dann sah ich in den Spiegel. Ich sah meine Diamantenohrringe. Die Ohrringe meiner Mutter. Hier, wird das reichen? Bitte? Mein Hundeblick wirkte. Denn er stimmte zu. All diese Leute hatten endlich einen Ort, an dem sie für eine Weile warm und sicher bleiben konnten. Bis uns etwas einfiel. Joes Mutter umarmte mich so fest, dass ich anfing zu weinen, weil ich schon lange nicht mehr so umarmt worden war. Das alles wurde mir zu viel und ich entschuldigte mich und ging hinaus. Geht es dir gut? Bist du nicht an so viele Komplimente gewöhnt? Nein. Es ist nur, ich dachte an meine Mutter. Tut mir leid. Wann hat sie... Was? Nein. Sie musste letztes Jahr weg, nachdem sie und mein Vater sich scheiden ließen. Sie ging zurück nach Paris, wo ihre Familie lebt. Ich will sie besuchen, aber Dad will mir nicht helfen und sie kann es sich nicht leisten. Also habe ich gespart. Ich weiß, es sieht aus, als hätte ich Geld, aber es gehört meinem Dad. Das war wirklich selbstlos von dir. Danke. Er ging wieder rein, um allen zu helfen, sich einzuleben. Und dann war mir klar, warum er anders war als alle anderen Jungen, die ich zuvor gemocht hatte. Es war mir nicht egal, was er von mir dachte. Die anderen Jungs waren alle gleich. Sie kümmerten sich nur um ihr Aussehen und taten nie etwas für andere. Andrew war anders als alle anderen, die ich bisher kannte. Die nächsten Tage vergingen wie im Flug, denn die Freiwilligen und ich waren damit beschäftigt, den Zimmermädchen und Köchen zu helfen, da wir so viele Leute mitgebracht hatten. Eines Tages kam Andrew auf mich zu und reichte mir einen Umschlag. Als ich allen erzählte, was du aufgegeben hast, um ihnen zu helfen, richteten sie einen Online-Fonds für deine Paris-Reise ein. Alles Gute zum Geburtstag, Rui. Wie bitte? In dem ganzen Chaos hatte ich gar nicht bemerkt, dass ich Geburtstag hatte. Unglaublich, dass er daran gedacht hat. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als nach Paris zu fahren und meine Mutter zu sehen. Aber ich konnte das Geld nicht annehmen, da die Menschen hier immer noch so viel Hilfe brauchten. Also gab ich alles dem Tierheim, um alle beschädigten Häuser zu reparieren. An unserem letzten Tag im Hotel, als wir uns alle in der Lobby zum Aufbruch bereit machten, kam Joey mit einer Zeitung in der Hand auf mich zu. Schau, Schau, Rui. Du bist es. Und er hatte recht. In der Zeitung war ein Bild von mir und die Geschichte darüber, wie ich so vielen Menschen geholfen habe und was ich dafür aufgegeben habe. Ich war schockiert. Ich wollte schon immer berühmt werden. Aber ich hätte nie gedacht, dass es durch so etwas passieren würde. Vielen Dank, mein Schatz. Du bist wie ein Engel, der gekommen ist und uns gerettet hat. Also wollten wir alle auch etwas für dich tun. Oh nein, bitte. Die Spenden waren für dich. Sie redet nicht von diesen Spenden. Sie redet von diesen Spenden. Andrew öffnete die Tür zur Lobby und draußen standen hunderte von Menschen aus der Stadt, die gehört hatten, was passiert war und was sie getan hatte. Sie alle ließen Spenden für meine Reise da. Du hast Menschen geholfen. Also haben sie dir auch geholfen. Plötzlich fingen alle an, für mich zu applaudieren. So wurde also aus einem oberflächlichen, verwöhnten Mädchen eine Kriminelle und dann noch etwas mehr. Und ich bekam sogar ein kleines Extra, um einen Freund mitzubringen. Komm schon, Andrew.